Willkommen zurück hier zu Folge Nummer 20 von The Outer Worlds. Ah, schön, dass es gerade in diese Cinematik... ...sinematische Kamera geht. Und wir sehen es schon. Wir sehen es schon, wenn wir jetzt hier durch... ...über unserem Charakter schweben. Wenn ihr das Let's Play ein bisschen gefolgt habt. Wir sehen anders aus. Wir haben andere Klamotten an. Und da muss ich direkt mal sagen, dicke Props an Kevin. Danke. Mensch, du hast ja richtig aufgerüstet. Und ich finde es richtig gut, dass du den Hut gelassen hast. Ich habe den wirklich gelassen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass du den wirklich lässt. Doch. Finde ich aber sehr gut. Ja, aber Kevin hat tatsächlich jetzt die Woche in der Aufnahmepause genutzt... ...und sich mal ein bisschen um unser Inventar gekümmert. Und er meint, er hat die... ...er hat Ben Henton einige neue Sachen gekauft und neue Waffen. Und ich persönlich habe es selber noch nicht gesehen. Also für mich ist das jetzt hier auch eine Entdeckungsreise. Und vielleicht, Kevin, kannst du das mal ein bisschen durchführen. Ja. Also du siehst schon mal, was, glaube ich, dir sehr gefallen wird auf Slot 1. Wow. Nice. Das ist eine Sniper. Das ist eine Sniper sogar. Stufe 1198. Nice. Die könnte dir gefallen. Ist auch schon modifiziert. Ne, also ein Großvisier habe ich rangemacht. Schaden nach Rüstung plus 15%. Muss noch ein bisschen mehr Damage macht. Bisschen eigentlich... Das kann ich direkt mal ausprobieren. Das war mir klar. Also die Sniper, das war mir klar. Und wir haben auch tatsächlich hier im Inventar... Ich glaube, das dürfte es in der zweiten Reihe zweite von links sein, wenn ich es richtig habe. Ja, genau. Wir haben einen Flammenwerfer, was wir überhaupt nicht wussten. Geil. Ja. Mit 480 Schaden pro Sekunde. Stufe 12. Hat der auch noch Mod dran? Ne, der hat keine Mod dran. Das Zeichen für Plasma. Ja, das Zeichen für Plasma. Wir haben den Plasma-Flammenwerfer? Mhm. Wow. Ja, ja. Ich habe ihn jetzt noch nicht reingetan. Musste dann mal gucken, ob du da Lust drauf hast. Das sind jetzt Sachen, die unsere Begleiter noch hatten. Die Nahkampfwaffen, die ich ausgetauscht habe und deswegen im Inventar gelassen habe, aufgrund der Tatsache, dass es Gift- und Schockwaffen sind. Ja, bei den anderen beiden habe ich die Nahkampfwaffen ausgetauscht. Ähm, die sind beides so Hammer-artig. Der macht ein bisschen Plasma-Damage, der Impulse-Hammer. Ähm, und der andere, die Stille, das war so eine Art Streitkolben. Hier, auch 214. Und ansonsten... Sieht aus wie ein, äh, wie ein Herren-Rasierer. Bisschen, ne? Ja, das ist so ein bisschen interessant. Aber ich habe mich ein bisschen an Dead Space erinnert irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, stimmt. Ne, so ein kleines Bisschen. Ah, schönes Spiel. Schönes Spiel. Ja, ja. Ne, hat auch eine Mod dran. Also, ähm, das habe ich verbessert. Und ich habe bei allen drei Charakteren tatsächlich die Rüstung verbessert. Also du kannst gerne mal, wenn du willst, ins Rüstungsmenü gehen. Wir hatten... Also wir sind jetzt bei uns, sind wir, äh... Wow. Ich kann es sagen, von circa, ich glaube, 19, 20 oder so. Irgendwie sowas. Also wir sind mindestens zehn Punkte hochgegangen in der Rüstung. Nur der Schawutzki. Nur der Panzerung. Auch der Helm ist nochmal ein besserer. Da sind wir ja auch bei, äh, 36. Ähm... Ja, und habe dann entsprechend das bei den anderen auch angepasst. Also gerade der, äh... Vicar hatte noch so eine blaue Robe. Ne? Ähm... Die habe ich dann... Die hast du auch ordentlich Tabula Rasa gemacht. Nur? Also die, die Verbrauchsgegenstände... Stimmt, der hat eine Robe. Die Verbrauchsgegenstände, vielleicht da noch ganz kurz was dazu, ähm, geben dir halt für 60 Sekunden ein paar Boni oder für 30 Sekunden. Ich habe mir so die wichtigsten, die wir eventuell mal nutzen könnten, habe ich so gelassen. Sowas wie, ne? Die, äh, die Dilektion, dass sie dann 50% länger ist oder sowas. Dass wir, ähm, 200%ige, ähm, Lebensregenerationen haben. Das habe ich mitgelassen. Was wir benutzen könnten, weil ich habe mir so gedacht, ganz ehrlich, sind wir welche, die in Fight jetzt solche Sachen nutzen, nicht mal ansatzweise. Wir denken sowieso nicht dran. Also sind wir einfach nicht die Typen dafür. Ja, was mich halt, äh, was mich halt am meisten interessiert, ist, wie man hier diese Slots, wie, 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 wie man darauf zugreifen kann. Das habe ich auch noch, nehmst du mal einfach mal... Das wäre ja, weil wir können hier ja noch was hochziehen. No. Nehmen wir einfach mal hier den, den Darmverstärker. Ja, hast du auch gemacht. Genau, ne, Rüstungswertblatt. Plus, plus 10. Aber ich würde halt gern wissen, wie kann ich das ausrüsten? Wie du das ausrüsten kannst, ne? Da habe ich jetzt auch noch nicht, tatsächlich gebe ich zu und noch nicht nachgeguckt. Ich habe auch nicht drauf. Ja, ne, ist ja auch nicht schlimm. Ist ja auch nicht schlimm. Aber Mensch, da hast du ja wirklich ganze Arbeit geleistet. Also Kevin blüht richtig auf, seit die Schulen hier zu sind. Vorbildlich, muss ich sagen. Ja. Richtig, richtig viel Arbeit reingesteckt. Und ich, ich muss es jetzt hier... Oh, Alter, was für eine geile Wumme. Und ich habe mal so zwischendurch ein bisschen gelunzt. Wir haben auch gar nicht so viel Geld ausgegeben, oder? Also wir haben ja immer noch 11.000 Bit-Module. Ja, wir hatten eindeutig... Also wir hatten, glaube ich, an der 20.000 oder so mindestens. Das ist gar nicht so aufgefallen. Ja, ist ja gut, dass die Bit-Module mal einem gescheiten Zweck zugeführt wurden. Ja. Also gerade was Rüstung angeht, haben wir echt einen großen Step nach vorne gemacht. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil wir haben echt viel Schaden kassiert, wenn wir den Schaden kassiert haben. Ja. Und bis auf den Hut bin ich auch mal vom Aussehen ein bisschen weggegangen. Bin einfach mal auf rohe Werte gegangen. Aber ganz ehrlich, so schlecht sieht es auch gar nicht aus. Also es harmoniert auch alles ganz gut miteinander. Ja. Finde ich von freien optisch. Bei uns natürlich sowieso. Bei uns sowieso, ja. Aber auch bei den beiden passt es eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Das ist schön. So, aber jetzt mal hier zurück zum eigentlichen Ziel heute. Wir sind ja immer noch hier in Roseway auf dem Planeten... Terra 2. Gott, wie hieß er denn? Terra 2, dankeschön. Und unser Ziel, nachdem wir hier das Teil für den Roboter da hinten gefunden haben, unser Ziel ist ja dem Notsignal nachzugehen. Und in der Stadt waren wir letztes Mal auch schon. Wir hatten mit dem einen Söldner im Eingang gesprochen. Genau, der hat uns ein bisschen was erzählt. Aber wir haben dann gesagt, wir wollen erst mal gucken, dass wir... Ach Mensch, mit Mut, den brauchen wir wieder. Das wo die Sidequests machen? Wir wollen erst mal die Sidequests machen. Genau, das ist immer unser... Wer labert denn hier? Kannst du mich machen? So, ab dafür. Terror of the Frontier. Das sieht aus hier, meine Güte. Und das war der, oder? Ja, mit dem Kollegen hier, mit dem haben wir gequatscht, der hat. Der sitzt hier immer noch rum und untersucht diese komische Leiche. Und es sieht auf jeden Fall aus, als wäre hier ordentlich was schiefgegangen. Wie auf dem Schlachtfeld. Wir hatten ja auch rausgekriegt, das arme Huhn. Ähm... F in die Kommentare für die Hühner. Oh Gott. Ach, Matze. Für Fried Chicken. Die sind klein. Wir hatten ja auch rausbekommen, dass die irgendwie die Tierchen hier gehalten haben illegal oder sowas, ne? War das nicht so? Ja, siehst du, illegal. Ja, ja, ja. Ganz, ganz illegal. Deswegen muss ich hier gleich mal aufräumen. Ich meinte eigentlich nicht die Hühner, sondern die, die sie dann im Endeffekt selber umgebracht haben. Aber ja, okay. Ne, 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 ne. Die Hühner wären die nächsten gewesen, die Rambazamba gemacht hätten. Ich sag's dir. Auf alle Fälle, die Hühner. Ich hab die vor großem Schaden bewahrt. Ich find's nice, wie du mit einer Sniper reingehst in den Raum. Ja, warte. Also, nicht so ungut, aber das war die Sniper, die du rausgetan hast. Kollege. Ich setz jetzt quasi noch einen drauf. Also. Wenn du mein Leben endet, lasst uns mit dem. Oh, nicht eigentlich. Nein, bin ich nicht. Ich hab aber dein Leben gerettet. Da draußen waren krantige Hühner, die hab ich für dich erledigt. Also, den Notruf abgesetzt. Ja, ja. Anton Crane, Leid-Scientist hier. Nice. Ich muss mich entschuldigen, wenn meine Telefon dich überrascht hat. Ich, äh, kann mich panikieren. Alles ist jetzt unter Kontrolle, aber die Wahrheit zu sagen. Was war denn der ursprüngliche Grund für die Panik? Ein Attack. Eine, die ich wagen würde, war wegen der Natur meiner Forschung hier. Woran forschst du? Ich bin nicht auf der Lübe, um die Natur der Arbeit zu diskutieren, die ich hier arbeite. Es ist nur zu sagen, dass es wichtig für mich, äh, für die Kolonie, ist immeasurbar. Warum hast du den Notruf dann abgebrochen? Meine Forschung kann nicht ganz in den legalen Parametern fallen, also bin ich unter Ordnung, um eine wirelose Silenz zu halten. Aber, dass du deine Kopfschmerzen als Zielspraktik benutzt hast, kann man sich überrascht werden. Boah. Ich habe den Anruf sofort sofort getroffen, als ich meine Wünsche getroffen habe. Der Homeoffice kann nicht wissen, was hier passiert ist. Ich bin ein schlechter Politiker, äh, redet nur um heißen Breyer. Deswegen wird er jetzt erstmal eingeschüchtert. Sagt mir, was ihr tatsächlich macht, oder ich gebe ihm selbst Bescheid. Und gebt große Freude, um das zu tun zu tun, könnte ich sagen. Ich glaube, es kann nicht wehren. Wenn ich diese Forschung nicht zurückbekomme, dann ist mein Leben vorbei, egal. Wir haben uns mit einem neuen und verbesserten Dentalgel formulieren. Moment, Sekunde, hier geht es eigentlich nur um Zahnpasta? Man kann nicht die Vorteile der guten Dentalhygiene auszuladen. Kann ich kümmern? Naja, Mundhygiene. Ja, bitte, bitte gern. Während wir Forschung an Enzymen, spezifisch zum Raptodon-Digestivsystem, haben wir ein Additiv, das wir letztendlich herausgefunden haben, um die die größte Zähneputzen und abzuladen zu sein. Diät. Alles klar, Zähneputzen und abnehmen, verstehe ich schon. Und was brauchst du jetzt von mir? Hundert Jahre alt war ein Grupp von witzigen Malkontenzen auf uns. Er schloss unsere Forschung und erloss unsere Forschungsergebnisse, die Raptodonten. Wenn diese Kretinnen ihre Hand auf meine Forschung bekommen, dann muss sie nicht töten. Nein, realistisch. Ich bekomme diese Forschung nicht zurück. Ich werde mich aus meinem Inventure-Kontrakt verlassen. Das tut mir ja fast ein bisschen leid, Mensch. Nicht wirklich. Nee, eigentlich gar nicht. Aus dem Knebelvertrag entlassen? Ist das nicht was Gutes? Du kannst nicht ernst sein. Kein Kontrakt, kein Arbeit, kein Arbeit. Du bist ein Pariah, ein Kast-Out, Schump. Bald findest du dich zwischen... ...Deserterern. Deserteure? Das ist so ein arroganter Penner. Also wenn ich denen irgendwie was Schlechtes tun kann, mache ich es in dem Spiel. Hm, ich dachte mir das schon. Wenn ich hier irgendwie in die Kacke reiten kann, kannst du aber sicher nehmen, dass ich nochmal drei Schritte zurückgehe, um Anlauf zu nehmen. Ich bin auch für eine Nummer 4, aber die Quest wäre halt bestimmt halt schon wichtig, ne? Ja, stimmt. Aber ich hau ihm nochmal ein bisschen Sarkasmus an die Ohren. Oh ja, das ist auf jeden Fall besser, als in einer bereits verlassenen, rückständigen Konzernstadt zu leben. Das ist temporär und einfach eine Möglichkeit, um Anlauf zu leben. Der Typ ist immun. Alles klar, ich hab verstanden. Ich eliminiere Schwachköpfe und hol deine Forschungsunterlagen. Soll ich mich auch um die Reptidons kümmern? Ja, aber nicht zu ihr Mutter, wenn es umschuldigt ist. Wir brauchen sie, um unsere Stoffe zu verbrechen. Ich denke, es gibt Gas in der Labe irgendwo, die wir benutzen können, um sie rauszuholen. Alles klar. Die Forschung ist in dem Schlaf in meinem Office. Du hast die Hilfe von meinem Kode und die Karte. Die Labe-Entrance ist in der Seite der Höhle. Du kannst es nicht missen, wenn du einfach den Weg folgst. Du kannst durch die Stadt original... ... durch den Grand Architekt. Jameson, er ist in der alten Labe. Mein Protégier. Ich habe ihn, um ein paar metabolische Präkursen zu retten, und ich habe ihn vergessen. Du solltest dich nicht schämen. Du denkst nicht, dass er mich aufhört? Das ist meine Verantwortung. Die fühlt sich aufhört. Alle von ihnen waren, sind, egal ob sie auf dem Sache denken. Wenn er stirbt hat... Zu viele haben verloren. Zu viele schwarze Marken gegen meinen Namen. Und viel zu viel Bücherarbeit. Ich bedanke mich nicht, dass ich meine Ambition für Kallusheit verwechse. Womit denn sonst? Mit Mitgefühl? Wenn meine Kollegen ihre Leben ernst nehmen, warum sollte ich? Alles, was sie tun, ist zu klären. Sie haben nicht zu sehen, dass die Möglichkeit uns hier erfordert. Glaubst du, was du willst. Aber ich bin nicht die manipulativen, egoistische Person, die du mir denkst. Ich bin nicht. Mhm. Und mein Freund, Jameson. Willst du ihn für mich finden? Aus diesem Grund habe ich auch direkt die Waffe nicht weggepackt, als ich da rein bin. Ich habe dem das schon angesehen, dass das so ein Saftsack ist. Ich habe die armen Hühner hier getötet, um ihn zu retten. Oh, ich sage dir, wenn ich ein Ei finde, dann brüte ich das hier persönlich aus. Nice. Das ist Dedication für die Hühner. Das ist echt so. Ich werde die Hühner... Nur die hasserfülltesten Hühner werde ich in meine Zucht mit aufnehmen und dann hier wieder loslassen. Dann werden sie mal sehen, wie sie da bestehen können. Ach, hier ist der Labersack. Ja. Viel Spaß. Hier sind immer noch zwei Markierungen auf der Map. Was hat es eigentlich da mit auf sich? Das ist eine gute Frage. Gucken wir doch mal ins Questlog. Suche in Roseway nach Geheimnissen. Achso, wir können noch weitere Sachen in Roseway nachforschen. Dann ist die Frage, ob wir das erstmal machen wollen oder erstmal Jameson retten. Vielleicht sollen wir lieber erst einen Jameson retten, oder? I guess. Das ist vielleicht eine gute Idee, ne? Der scheint ja sowieso schon ein bisschen in der Klemme zu stecken. Wenn das natürlich jetzt genauso ein Rindvieh ist wie sein Chef, dann... Dann weiß ich auch nicht. Dann kann der Kolonie nicht mehr geholfen werden. Dann ist sie einfach lost. Dann ist sie lost, ja. Dann ist das halt diese... So einer Querdenker-Kolonie kann man da nicht helfen. Oh lol. Ähm... Ich weiß, wer dann ist. 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 Oh, okay. Macht er gut. Macht er spitze. Ja, okay, wenn der schon direkt vor mir ist. Nee, jetzt wollte ich auch nicht. Ist die falsche Waffe? Das wollte ich. Ich muss mich noch an dein Setup gewöhnen. Ich bin mir nicht sicher, warum du nicht Sniper und Flammenwerfer auswählst. Weiß ich nicht. Ach so. Ich dachte, das zweite wäre die Plasma-Waffe, aber es war wohl nicht so. Nee. Also doch, eigentlich schon, aber... Ah, ich weiß nicht. Also das... Oh, was bist du denn? F, F, F. Ja. Ja, gar nicht. Also unsere Begleiter machen einen guten Job, die von uns wegzulenken. Ja, sind auch beide tot, quasi. Ja, die rennen doch noch Mobs wie D hier durch die Gegend. Tragisch. So, kann man denn hier mal looten? Da. Ach ja, und das Inventar wird wieder voll. Na ja. Ja, doch. Dafür hast du es noch leer gemacht. Ja, ja. Wo sind die denn? Wo sind die denn hinten? Was machen die? Ach so, da ist noch einer. Halt. Oh, ganz knapp. Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr machen. Das war daneben. Nee, hätte ich mir eher überlegen sollen, ne? Das war ein guter Versuch, aber... Nee, war es nicht. Na, okay. Ah, das war schön. Oh, wie es spritzt. Nice. Das klingt so falsch, aber. Also, aus drei Metern bin ich deutlich zielsicherer als aus... 300. Ah, sagen wir mal 50. Nee, schön ein bisschen übertreiben. Nee, 300 waren es nicht. Ja, aber... Hyperbelstyle. Ah, geht doch. Ist der tot? Ja, der ist tot. Geil. Macht Spaß, oder? Ich kann es ja doch noch. Ich wusste doch, dass dir das gefällt. Ich war mir erst nicht sicher, ob ich die kaufen soll, aber dann dachte ich mir so... Ah, Matze wird das Gewehr lieben. Da. What the f... Was... Was ist geschehen? Da ist irgendwas explodiert. Zum Glück hast du vorhin erst gespeichert. Ja, ja. Aber da kann ich ja gleich mich mal komplett rehabilitieren. Ist natürlich die Frage, ob wir jetzt trotzdem... Ob wir jetzt erstmal trotzdem hier nach Sachen suchen wollen. Warn. Der sagt mir was. Wer war das denn? War das nicht dieser andere Saftsack? Bin mir nicht sicher. Da auf. Haben wir jetzt schon mit Crane geredet? Nee, noch nicht, oder? Oder? Äh... Dem da? Doch, doch. Ich hab da nachgespeichert. Ach so. Ja, Mensch. Ja, dann können wir mal hier... Ah, Unterliefer, ich glaube. Mach mir ein favorit und lass mich das zu Ende, bitte? Und dann... Mach es schnell, bitte. Was ist denn mit denen? Die sind ja alle so optimistisch. Das ist der Wahnsinn. Ich bin nicht hier, um dich umzubringen. Oh, du bist nicht mit den Outlaws? Wer bist du dann? Ich hab gehört, hier gibt's Probleme und wollten mir das mal anschauen. Gaffermäßig. Oh, gut. Gut, Glückwunsch. Ich glaube, ich habe die Kopie. Es ist egal. Natürlich, weil ich... Ich komm nicht hier raus. Hallo? Ja, lass ihn doch mal. Ja... Wir werden das alles lösen. Ich meine... Es ist... Es ist wirklich lang. Es ist nicht wahr. Äh... Hallo? Oh! Du bist noch hier. Wenn du es nicht mehr hast, möchtest du zu Anton sprechen. Er kann dich in die richtige Richtung. Ja, wir haben hier den Karpfen. Ich hab nur... Oh... 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 Natürlich, weil ich... Alter! Mach er dasselbe nochmal? Ja, es ist basically dasselbe. Ja, ja. Hm. Ja. Ich will hier raus. Wie kann der Instant vergessen, dass ich vor ihm stehe? Ja, tschüss. Hau rein. Wir brauchen eh keine Pseudo-Äpfel. Die sind ja alle so hart unsympathisch hier. Ich möchte ihm jetzt einfach irgendwas klauen. Nee, knack bitte nicht irgendeine Tür. Wo wir eventuell dann von der anderen Seite rankommen. Ja... Ich guck... Ich guck grad mal, ob das einfach nur... Nee, es geht nicht nach draußen, Kevin. Sicher? Naja, hier ist... Das Gebäude geht ja bis zur Wand und das ist ja gleich hier um die Ecke. Ich kann auch mal von hier gucken. Also ich meine, du hast auch richtig... Äh, das ist jetzt richtig viel, aber einiges an den Loot, äh... Am Ankunftshafen liegen lassen. Was ich bei... Offscreen festgestellt hab. Ach so, ist das so? Ja, es kann sein. Ich knack das jetzt. Okay. Wir haben 13 Mech, Dietriche. Ja. Mach mal das Türchen zu. Okay, dann mach nicht die Tür zu. So. Perfekt. Dem räumen wir jetzt hier richtig die Bude leer. Was haben wir hier? Schweres Maschinengewerne immer mit. Leute! Ist doch nicht das erste Mal, dass wir was klauen, Jungs. Und Mädels. Und, und Mädels. Begleitende. So, jetzt haben wir doch sogar wieder einen zurückgewonnen, Mensch. Hm, nö, hat sich gelohnt, definitiv. Haust du rein, ne? Tschüssi! Awesome! Kriegst ja eh nix mit, ne? Was ist denn das eigentlich? Ach, ne Werkbank, okay. Der rallt ja echt gar nix, der Guy hier. Aber irgendwas gibt's bei dem noch? Da drüben... Oh, das nervt mich. Ich hab jetzt keinen Bock mehr auf Dialoge. Ich will jetzt wieder jemanden umbringen. Okay. Ich hab gedacht, wir können jetzt mal mit den Leuten hier reden. Aber die sind mir so hart unsympathisch alle hier. Also, egal mit wem ich rede, das ist... Ich merk's, du bist da einfach... Es spielt einfach nur... Echt... Wie Schnee. Anti! I would say. Warte, ich mach mir hier... Ich mach wieder diesen. Ist ja richtig schlau. Ja, man... Man denkt irgendwann dran, so nach 20 Folgen. Das man es hin und wieder mal tun sollte. Besser später als nie, ne? Oh! Come on! Oh! Ja, besser. Viel besser. Na, das war wieder schlecht. Das war auch schlecht. Wie hat er das denn überlebt? Oh! Schön, der Treffer. Okay, die schlagen den einfach tot. Die kümmern sich schon. Eieiei. Na ja, ist ein bisschen Zeit zum üben, ne? Ja, ja, es ist... Wir werden alt, Kevin. Ich weiß, ich weiß. Es ist alles nicht mehr so wie früher, wo wir da hier aus dem... Im Halbschlaf nachts um vier einen 360 No-Scope-Headshot gemacht haben. Ja. Nicht, dass wir das jemals gemacht hätten, aber ja. Oh! Hier so aus der Distanz krieg ich's hin. Na ja, klar. 100 cm vor dir ist. Mit der Sniper vor allen Dingen, ne? Also... Ja, siehste. Wenn der Kopf das ganze Visier ausfüllt, dann krieg ich's. Also manchmal blitzt schon noch auf. Hin und wieder mal, ja. Dass wir ab und zu mal nicht ganz schlecht waren. Ich will nicht sagen gut, aber... Bist du tot? Nee. Aber lauter euch erstmal nach. Nee. Ach, Mann. Herrgott, nochmal. Jetzt gibt's hier auf die Fresse. Sieh ausgemötert. Es geht zu. Ich würde auch zu gern mal sehen, wie der Flammenwerfer so wirft. Ja, Message ist angekommen. Warte. Hä? Wo ist er denn? Äh, immer noch zweite Reihe. Also da. Kannst du denn für irgendwas rein... Tausch mal das... Hä? Nee, das muss schon wohl überlegt sein. Könnte ich einfach irgendeine Waffe rausnehmen? Doch! Und dann brauchen wir's. Ich war hilfreich. Nicht wirklich, nein. Oha? Mach mal F? Mach mal F? Aber warum? Ich weiß nicht. Es ist nicht okay, dass ihr... Ja. Du schleißt dich mit dem Flammenwerfer an. Tududum. Tududum. Tudum. 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 Ich wollte nur deine Kippe wieder anzünden. Es tut mir leid. Ja, bist ne eskaliert, ne? Oh, schön. Das hat mir sogar ein bisschen getroffen. Aber nicht so gut, wie ich hoffte. Nee, das sind viele, by the way. Oh, jetzt habe ich da vorne aber ganz schön was ausgelöst, Mensch. Aber solange erst mal deine Begleiter das machen, kannst du von hinten ein bisschen supporten. Ja, das ist auch so mein... Ah, die treffen ganz schön gut für einen Nichts. Liegt gleich da, mein Lack gesoffen, Junge. Hast du lachgesoffen, Junge? Oh, der war schön. Den habe ich gefühlt. Ach, das ist... Dieser Hut, das ist einfach seine absolute Lebensversicherung. Sonst würde ich dem wahrscheinlich permanent in den Kopf schießen. Der kommt immer so hardcore angerannt und du denkst halt, das ist ein Gegner und... Meine Güte, da ist ja nicht mehr viel dran, Mensch. Ach, hier liegt der Rest, naja. Passiert, wenn er ein Vollmattelgeschoss abkriegt, ne? Aber ich habe hier ja nicht alle Körperteile gleichzeitig. Ich glaube, das war sie hier mit ihrem Darmrasierer. Das ist auch möglich. Die hat da ordentlich, naja, durchrasiert. Ja, ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich... Ich glaube, ich gehe hier nochmal kurz um die Ecke. Das sieht irgendwie so einladend aus. Gehst du mal für kleine Matzes, oder was? Das klang zumindest nicht so. Weißt du was? Nochmal diesen. Was ist denn das? Ich will ja nichts sagen, ne? Dann lass es. Den hätte ich getroffen, wenn der nicht tot gewesen wäre. Also wenn ein paar Martin nicht schneller gewesen wäre. Na klar. Haben die jetzt erstmal mit einer Nahkampfwaffe auf das Fass eingedroschen? Vielleicht bist du auch so vorhin gestorben, man wisst gar nicht. Ne, das glaube ich nicht. Also das glaube ich nicht. Oder? Alter, das wäre ja wirklich hardcore dumm. Naja. Denjenigen hätten wir wahrscheinlich gleich verbannt. Aus der Gruppe. Wahrscheinlich. Ach, das ist hier so ein Hausbausatz. Ich habe mich gerade gewundert. Vorsicht, da sind Minen, ne? Ja. Und diese Reptidons. Ich weiß nicht, ob das... Hätten wir eigentlich was mitnehmen müssen? Irgendwie seine Keycard oder sowas? Was er meinte? Nö, wir haben alles, I guess. Oh scheiße, ist das die Mutter? Ne. Die ist voll durch die Mine gelaufen. Also, geh rein einfach. Weißt du, es ist mir ehrlich gesagt auch relativ egal, ob ich die Mutti da am Leben lasse oder nicht. Also, es ist ja nicht so, dass ich dem irgendwie Rechenschaft zurückführe. Mine, 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 mine! Äh... So, Kevin, diesmal darfst du die Entscheidung treffen. Knacken oder nicht knacken? Ja, wir gehen rein. Sieht ganz gut aus. Du hast ein Level ab. Muss auch was... Ja, ich weiß. Hat sich gelohnt, sind drei Mech die Triche. Aber fünf mussten wir investieren, um hier reinzukommen. Ja, hat sich trotzdem gelohnt. Also, immer noch unterm Strich minus zwei. Aber ja, ist schon richtig. Und ich glaube, mit dem Level ab, können wir unseren Hacken-Skill oder was wir auch immer brauchten, so weit hochdrücken. Dass wir da endlich in diesen Rechner da eindringen können, auf der Groundbreaker. Schlossknacken. Falls du dich noch erinnerst. Schlossknacken. Ja, genau, das war's. Ich nehm jetzt mal einfach alles mit. Du hast das so schön leer gemacht. Ja, klar. Wäre sogar ein Verkaufsautomat, aber nö. Gehst du auch an den Schrank neben dir? Oder waren wir da schon? War ich da noch nicht? Ich guck gleich mal. Wiss ich nicht. So, hier gibt's tatsächlich nur ein paar Nachrichten. Ups. Doch, doch, hier war ich schon. Alles gut. Ach so. Naja. Du das sagst. Hier scheint das Gehege zu sein, ne? Mhm. Aber von der Mutti sehe ich hier gerade gar nicht mehr so viel. Um nicht zu sagen gar nichts. Stimmt, aber er ist weg. Außer es war halt wirklich der Koloss, den wir jetzt schon... Naja, dann ist es so, ne? Ich mach mal den Elektrozaun ein. Das hätt ich vielleicht vorher machen sollen. Ne, ne, passt schon. Also jetzt kommt quasi... Jetzt kommen quasi die nicht mehr vorhandenen Teile nicht mehr raus. Äh, nicht mehr rein. Rap-ti-dun. Was haben wir hier? Ein Bandit. Möchtest du dich dem Level abhin geben? Da brauche ich auf jeden Fall eine entscheidende Entscheidung, hier reinzugehen. Ja, ich glaube, das möchte ich wirklich machen. Sobald ich hier den noch genootet habe. So. Fertigkeiten. Also, Schlossknacken. Das heißt, wir geben auf jeden Fall... Wie viel brauchen wir denn? 30? Ich erinnere mich nicht mehr. Ich glaube, es waren 30, oder? Mhm. Ich glaube auch. Geben wir hier mal 2 drauf. Mhm. Dann... Ich weiß auch nicht. Schwere Waffendamage ist immer besser als Schaden. Warte mal. Mhm. Hat sich hier was geändert? Ja, ähm... Na, wir können da nicht mehr rein. Also, Fernkampf ist schon maximal, oder nicht? Echt? Ist 50 schon das Maxim... Nö. Aber kann die einzeln noch... Seit wann kann man die einzeln... Kann man die wieder abwählen? Ich kann nur alles zurücksetzen, ne? Ach so. Wir sind da also schon soweit voll. Ähm... Ne, dann würde ich noch ein bisschen auf Tech geben. Aber man konnte doch nie die einzeln machen, ne? Ne, irgendwas ist hier anders, oder? Also... Ist gerade irgendwie sonderbar. Deswegen würde ich da oben aber auch gar nicht so viele Punkte reingeben, weil das ist ja eigentlich Verschwendung. Also, der Outcome ist halt relativ gering für das, was du reingibst. Ja, ja, alles gut. Äh... Sag du mal noch was. Äh... Wieviel haben wir noch? Vier. Ähm... Ja... Vier, ja. Guck mal, hier bei Tech geht's auch irgendwie nicht mehr... Also, Medizin geht nicht mehr hoch. Nur noch Wissenschaft, oder? Sehe ich das richtig? Na, wenn wir hier auf Tech gehen, kriegen wir bei Medizin einen Punkt. Und wenn wir Wissenschaft machen, kriegen wir bei Technik einen Punkt, würde ich sagen. Das ist irgendwie aufgetröselt. Ja, oder? Gebt mal noch zwei Punkte in Führung. Ist mir gerade alles zu kompliziert. Hört mal bei 40. Aber immer noch zwei. Ja, dann haut die mal bei Tech... Wach mal Wissenschaft und Technik. Ja, guck mal rein, was passiert. Ja, das ist... So... Hä? Warum ist das aufgesplittet? Also... Das verstehe ich überhaupt nicht. Wollen wir jetzt einzeln skillen? Das verstehe ich überhaupt nicht. Vielleicht hält das das Spiel für zu overpowered, wenn man das durchgehend komplett skillen kann. Und wenn man halt einen gewissen Punkt erreicht hat, am Skill-Level wird es halt aufgesplittet, dass man... 50? Kann ich mir vorstellen. Bei Wissenschaft sind wir bei 50. Bei Lang- und Schwärmwaffen waren wir bei 50. Wahrscheinlich, ne? Na gut. Wir nehmen das jetzt erstmal so, wie es ist. Und wenden das an. Ja, ich möchte das so annehmen. Und dann... Und einen Vorteil können wir uns auch aussuchen. Oh, grad zwei. Endlich. Genauigkeitsabzug für Bewegung. Äh. Hä? Ich guck grad... Ach hier, das reicht, wenn man drüber habert. Okay. TZD pro Tötung. Was ist das denn? Die... Wenn du einen Gegner tötest, wird die Anzeige für die taktische etwas aufgefüllt. Ah, okay. Also... Ist jetzt gar nicht mehr so schlecht. Geht ja. Wissenschaftswaffenschaden. Wissenschaftswaffenschaden. Das ist auch so ein richtig, richtig geiles deutsches Wort, oder? Also das gibt's in keiner anderen Sprache. Ich glaub, mit Wissenschaftswaffenschaden ist hier sowas wie Korrosion und so gemeint, ne? Und Schock und so. Ja, das könnte sein. Lauftempo während TZD. Doch gut, das hat mich noch nie gestört, dass man da langsam ist. Bonus auf Kopf und Schwachstellentreffer. Das ist auch nicht so verkehrt. Markierungsreich wieder für interaktive Objekte. Ne, die finden wir auch so. Händler-Einkaufspreise. Also sonst weißt du uns jemand in den Kommentaren drauf hin. Das brauchen wir auch nie. Dialogfertigkeiten. Ja, Tragen kann man sich von Begleitern. Ne. Gewicht von Verbrauchsgegenständen. Ah. Leben pro Tötung wiederherstellen. Leben wiederherstellen. Das ist gar nicht so schlecht. Erdachtlichkeitsabgängzeiten pro Tötung. Chance, dass wenn du eine Begleiterfähigkeit einsetzt, dadurch die Fähigkeit für andere Begleitersurfer beteiligt. Mit den Fähigkeiten bin ich mir gerade nicht sicher, was damit gemeint ist. Ich auch nicht. Ich habe mich auch gerade gefragt. Haben unsere Begleiter irgendwelche Fähigkeiten? Bin verwirrt. Das mache ich dann wahrscheinlich mal. Oder schalten wir die jetzt auch erst frei? Das mache ich dann wahrscheinlich mal auf Screen. Wahrscheinlich. Chance, bei einem kritischen Treffen die abenteuernd Zeit einer Begleiterfähigkeit zurückzusitzen. Wir hätten auch hier oben noch was, ne? Ja, aber das war alles nicht mehr so überragend. Also ich bin fast für den Waffenschaden oder Wissenschaftswaffenschaden oder die Dialogpunkte. Nutzen wir so viele Waffen, Wissenschaftswaffen? Ich hätte jetzt geschwankt zwischen der Gesundheitsregeneration beim Töten. Okay. Oder halt dem TZD-Pro-Tötung, dass man quasi diesen Dingens, den Bonus wiederherstellt. Aber wahrscheinlich mit einer größeren Tendenz zu Gesundheit. Aber Dialog 10 ist auch nicht schlecht, ne? Wenn du ohne Begleiter unterwegs bist, das ist ja Quark. Achso, nee, das ist Quark. Das stimmt, weil wir haben ja einen Begleiter. Ja, das ist ja Quark. Dann fällt das schon mal aus. Ja, das ist ja Quark. So, was hast du noch? Wissenschaftsschaden. Das war... War das denn? Okay, ne Ahnung. Hier. Ah, 50% ist auch relativ viel, ne? Aber wir können das ja mal aufheben. Ich gucke noch mal genau nach, was Wissenschaftsschaden ist. Und dann machen wir das mit dem Lebens... Hier, genau. Dann machen wir das so. Ich meine, der nächste Level abkommt ja. Ja, ja. Und dann gucke ich mal rein. So. Aber das gleiche müssen wir jetzt nochmal für die Parvati und den Dingens machen. Die haben ja auch Stufenaufstieg. Ist es so. Da sind wir schon gerade zwei und drei. Die haben aber auch fünf, nicht bloß drei wie wir. Finde ich jetzt nicht so. Nahkampfschaden ist für die, glaube ich, gar nicht schlecht, weil sie nützen das ja. Ja, Rüstungswert. Ja. Fernkampfschaden ist quäugig. Was ist denn deine Fähigkeit? Echt? Warte mal kurz. Steht da hier irgendwas dazu? Fertig. Ah, Fähigkeit, Überladung. Parvati lässt den Hammer niedersausen und erzeugt dabei eine Welle, die Gegner schockt und Roboter-Einheiten betäubt. Aha. Und wann macht die die? Selber. Wenn sie den Hammer niedersausen lässt. Wahrscheinlich. Und was hat der? Max beobachtet und bewertet sein Ziel, bevor er ihm spirituelle Erleuchtung aus dem Lauf seiner Schrotflinte zuteil werden lässt. Aber er hat keine Schrotflinte. Nö. Aber was heißt das? Schwächung senkt alle Fertigkeiten des Ziels. Aha. Das Ziel leidet höheren Schaden durch Plasma-Schock, Korrosion und Endstrahlen. Okay. Das ist gut zu wissen, ne? Was die alles so haben. Wie gesagt, ich kümmere mich mal drum. Ich bin aber fast für die erhöhten Nachkampfschaden, wenn wir die jetzt hier mal mit ihren Damen-Rasierer ausrüsten. Same. Hallo, hallo. Wieso haben wir denn null? Sag mal. Wir haben null. Ich bin gerade ver... Wieso haben wir denn jetzt keinen für die bekommen? Ich dachte immer, wenn wir einen kriegen, kriegen die auch einen. Nee. Beide nicht. Gut, dann können wir hier doch nichts machen. Aber wir haben zumindest rausgefunden, was die für Fähigkeiten haben. Wir haben es ja auch ganz schön. Nice. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Ein Jubiläums-Zigarettenetui. Das war ein legendäres Schlusswort für die Folge. Das war ganz legendär nach Luftringen. Das war schon super. Das war schon super. Ja. Und das war es nämlich auch schon wieder. Für Folge 20 ist Jubiläum. Auch mal ein bisschen länger. War auch der Tatsache geschuldet, dass wir ein bisschen gebraucht haben beim Stufenaufstieg. Ja, da habe ich wieder ein bisschen was zu tun, anscheinend. Wieder bessere Erfahrungen zu bringen. Du musst das ja jetzt nicht jede... Also du musst das nicht jede Folge machen. Nee, alles gut, aber... Aber wenn du möchtest, darfst du das natürlich gern. Sagen wir mal so, da haben wir wieder was zu tun. Machen wir es einfach so. Und dann sehen wir mal, wer sich dann dieser annimmt. Bist du eigentlich nochmal dran? Ja, ne? Oder? Eine Folge habe ich noch. Eine Folge hast du noch. Okay. Gut, dann seht ihr Matze das nächste Mal noch schnetzeln. Vielleicht hat er bis dahin seine Sniper-Skills noch ein bisschen angepasst. Aber Butterbeine-Fische, ich wäre noch viel schlechter, bin ich ganz ehrlich. Und in diesem Sinne, mit diesem Statement verabschieden wir uns bei euch. Sagen schön, dass ihr wieder mit dabei wart, zugehört habt, zugesehen habt. Wünschen euch noch einen fantastischen Tag oder Nacht oder was es auch immer ist, während ihr die Folge guckt. Und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.